Das ist die RenGrip GP Tasche, die perfekt passt um einen Helm zu verstauen oder eventuell auch Heizdecken. Hiermit hast du einen perfekten Schutz für deinen Inhalt, je nachdem was du da transportierst. Du hast zwei schöne Tragegriffe, die du auch mit einer Lasche aneinanderheften kannst und somit ist dein Helm immer schön geschützt. Du hast auch noch kleine Seitenfächer, um eventuell Ohrstöpseln oder vielleicht ein Handyladegerät oder diverse Kleinigkeiten zu verstauen. Das ganze findest du auf beiden Seiten. Die Tasche hat unter anderem noch eine Belüftung, damit der Helm eventuell, wenn er noch nicht hundertprozentig trocken ist, nach dem Rennstreckentag hier noch etwas auslösen kann. Die Tasche hat unter anderem noch eine Belüftung. Die Tasche hat unter anderem noch eine Belüftung. Die Tasche hat unter anderem noch eine Belüftung. Die Tasche hat unter anderem noch eine Belüftung.